Hallo euer Weiküken und da bin ich sehr herzlich willkommen zum großen Kanal und zum kleinen Flachbein-Gelmen. Heute spielen wir zusammen die Demo von A Golden Pass. 5.000 Freddys A Golden Pass. War für den Töner ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer. Ohne das hier alles nicht machbar zu realisieren wäre. Vielen, vielen Dank dafür Freunde. I love you. So, dann muss man ja gucken. Irgendwie sieht es der Altemann heute wieder total beschissen. So, wir gucken in die Vierschauenreihe New Game. Aber wie immer dran denkt, das ist noch ne Demo. Demo. Ich weiß Leute, ich bin unrasiert. Habe ich ne Flashlight? Habe ich irgendwo ne Flashlight? Ich hab nichts. Ich sehe auch nichts. Ich sehe hier nichts. Wir haben nur Play Sound und Elevator. Ah, hier hab ich Licht. Hier hab ich Licht. Ohne Option? Activate Alarm? Activate Heater? Really? Hier kommt noch keiner. Dunkelspiel. Dunkelspiel. Ich mag es nicht. Wenn es dunkel ist. Das weiß glaube ich jeder. Was ist das? Ich hab hier nichts. Ich hab hier nichts. Ich kann hier nichts klicken. Ich hab nur die Option. Hier hat keiner kommt. Er hier? Ne, er sitzt hier noch, oder? Jetzt stellt sich mir aber die Frage. Bei wem mach ich was? Bei wem mach ich Activate Alarm? Und bei wem mach ich... Wo ist mein Play Audio? Play Sound ist hier. Bei ihm muss man Play Sound machen. Wenn er weg ist. Blendem up. でение Kubzung500 Euro. Das ist es nicht! Nein, der ist echt feng. Er geht nicht. Warum geht er nicht? Wenn er seine Fresse zeigt, dann müssen wir... Ja, der Alarmknopf drücken. Er ist noch da. Das liegt bei ihm. Really? Jetzt hab ich doch gedacht... Jetzt hab ich doch gedacht er... Ich hab hier in der Office hab ich nichts. Er war doch weg. Why? Aber es sind beide. Ich hätte wahrscheinlich Play Sound machen sollen. Play Sound. Weil er steht ja auch oben auf der Bühne. Wir schauen noch mal rein. Er ist noch da. Ich drück mal Play Sound, wenn er nicht mehr da ist beim Freddy. Er ist noch da. Und ihr seht ja da oben... Hier kann ich dann aufs Zahnrätel und Options machen. Wo dann der Feueralarm kommt und der Heater. Er ist noch da. Wenn er jetzt nicht zurückkommt... Er ist nicht zurück. Er ist nicht zurückgekommen Leute. Er ist also nicht zurückgekommen. Er ist also nicht zurückgekommen. Weil ne andere Idee hab ich leider nicht. Weil ne andere Idee hab ich leider nicht. Wir warten bis er kommt. Und dann Play Sound. Jetzt muss ich warten bis er... Das ist immer noch da. Ich mach es. Er schmeckt. Aber er ist nicht oben. Aber er läuft. Das war's. Das war's. Play Sound. Ihr müsst also Play Sound machen beim Bonnie. Nice. Aber wenn man sein Licht erklärt bekommt, muss man sich erstmal durcharbeiten. Was ist jetzt richtig? Was ist falsch? Und wenn du weißt, ist ja keiner. Okidoki. Aber es ist ja noch ne Demo. Wir wollen ja nicht voreingenommen sein. Wir wollen ja nicht voreingenommen sein. In der Offe selber hat man kein Licht. Wir warten bis er kommt. Und... Alles noch in Ordnung. Wir haben 3 Uhr. Ja. Komm Baby. Komm zum alten Hosti Mann. Komm Baby. Komm. Komm Baby. Komm doch. Ich hab dich im Griff. Ich hab dich im Griff. Ich hab dich im Griff. Du hörst. Hörst das Hähnchen. Ja. Dein ist eigentlich relativ easy. Im Moment noch. Vielleicht ändert der... Ändert der... Ich geh in der Heater. Burn, burn, burn. Ich... Ich glaub das war das Richtige der Heater anzumachen. Wir leben zumindest mal noch. Wenn man Geräusche im Wind hört. Heater an. Auch die Augen. Das ist klar. Wo will sie sonst nie wieder benutzen. Komm doch nochmal. 5M. Wird knapp. Wie man so schön sagt. Hasi. Komm zum Onkelrosti. Der Onkelrosti. Komm Baby. Zeig dich. Ja ganz easy. Ganz slow. Versteht ihr? Ja da hab ich ja gar keine Probleme mit. Ich nehm ja auch schon 11 Minuten. No. Erschreck mich. Burn it baby. Booyah. Booyah. Komm mach 6M und wir gehen nach Hause gehen. Strike. Alright. Alright. Baby. Alright. We got it. Ja und du? Nein du? Wir können auch ne zweite Nacht spielen. Aber Freunde. Diese Nacht 2. Die zeig ich euch erstmal. Im nächsten Part. Cooles Game. Ich werd auf jeden Fall noch die zweite Nacht spielen. Das verspreche ich euch. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen wenn ihr wieder einschalten wollt auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewerten das Video. Schreibt passte die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abo habt. Einfach nur aufs Caption drücken. Press den Button. Do subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Passt auf euch auf. Übertreibt es sich. Und bleibt's wieder alle gesund und muttergesagt. Tschöne Mühle und schicke dich auf uns. Euer Sam Teddy. Deminion. Der Rest rasselt bald eine Uterose. Natürlich. Der alte Sonntag. Gute Nacht. Bye. Gute Nacht. Bye Bye.